Ausgezeichnet. In Wiesbaden hat Ministerpräsident Volker Bouffier heute die Georg-August-Zinn-Medaille verliehen. Geehrt wurde Unternehmer Gerhard Röhrig aus Heppenheim für sein bürgerschaftliches Engagement und die Bärenherz-Stiftung aus Wiesbaden. Sie unterstützt Projekte und Einrichtungen für unheilbar kranke Kinder. Die Georg-August-Zinn-Medaille wird seit 1997 vergeben. Sie zeichnet herausragendes Engagement für das hessische Gemeinwohl aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017